Bei der Arbeit mit Gefahrstoffen entstehen oft gesundheitsschädliche Dämpfe, die auf unterschiedlichen Wegen in den Körper gelangen können. Um schwere gesundheitliche Schäden zu vermeiden, ist das Erreichen eines hohen Sicherheitsniveaus daher von entscheidender Bedeutung. Wenn Gefahrenquellen nicht ausgeschlossen werden können, kommen technische Schutzmaßnahmen zum Einsatz. Dazu zählen Absaugsysteme. Herkömmliche Absaugsysteme können den Kontakt mit den gesundheitsschädlichen Dämpfen jedoch nicht vollends verhindern, da es leicht zu Verwirbelungen kommen kann. Ein heruntergelassener Frontschieber beim Laborabzug dagegen schränkt die Beweglichkeit, insbesondere beim Umgang mit voluminösen Gegenständen, erheblich ein. Anders sieht es mit den modernen VarioFlow-Gefahrstoff-Arbeitsplätzen von Denius aus. Mit unserem innovativen Push-Pull-Prinzip werden die gefährlichen Dämpfe durch gezielte Luftströme in Richtung der Rückwand gedrückt, wo sie gezielt abgesaugt werden. Genauso sicher und das bei uneingeschränkter Beweglichkeit für maximal ergonomisches Arbeiten. Sie wollen mehr über unsere innovativen Sicherheitslösungen erfahren? Besuchen Sie uns im Internet.